Zugeschaltet jetzt der ehemalige Bundeswehr-Generalinspekteur und ehemalige Vorsitzende des NATO-Militärausschusses, General Harald Kujat. Guten Morgen, Herr Kujat, willkommen bei Welt. Guten Morgen. Guten Morgen, ich grüße Sie. In einem Interview am Wochenende haben Sie gesagt, dass Sie es nicht richtig finden, dass Vize-Admiral Kai Achim Schönbach für seine Äußerungen zum Russland-Ukraine-Konflikt gegangen ist, beziehungsweise gehen musste. Ist dem immer noch so und wenn ja, warum? Das ist relativ einfach zu erklären. Er hat die amerikanische Position wiedergegeben und er hat sich keines Dienstvergehens schuldig gemacht. Also gibt es keinen Grund, ihn zu entlassen. Herr Kujat, das müssen Sie nochmal näher erklären. Was ist denn die amerikanische Grundeinstellung zu dem, was da gesagt worden ist, also was die Krim betrifft, was die Situation der Russen betrifft? Also wenn ich mich erinnere, ist ja das Problem der Amerikaner, dass Sie eben mit Putin zwar einerseits sprechen wollen, aber das, was gefordert wurde, nämlich mehr Respekt, daran mangelt es ja möglicherweise. Und das ist ja auch ein Grund, der zu diesem Rücktritt tatsächlich geführt hat. Naja, er hat ja gesagt, wir müssen Respekt zeigen, indem wir auf Augenhöhe verhandeln. Man muss es, glaube ich, vollständig wiedergeben. Und das ist genau das, was die Vereinigten Staaten ja im Augenblick tun. Und was die Krim betrifft, da ist es natürlich so, dass hier eine völkerrechtswidrige Annexion vorliegt. Das ist die Rechtslage, die Völkerrechtslage. Aber die Frage ist doch, wie soll denn die Krim wieder an die Ukraine zurückkommen? Und das hat er verneint. Und das ist ja auch ganz offensichtlich, dass die Krim nur zur Ukraine zurückkehren kann, wenn es einen Krieg mit Russland gibt und wenn der Westen oder die Vereinigten Staaten diesen Krieg gewinnen. Aber die Vereinigten Staaten werden keinen Krieg mit der anderen nuklearstrategischen Nuklearmacht führen. Präsident Bieden hat das selbst für den Angriff auf eine Ukraine abgelehnt. Und er wird das schon erst recht nicht tun, um die Krim zurückzuholen. Aber Herr Kujat, Entschuldigung, bleibt immer noch die Haltung der Bundesregierung, die letztendlich genau dem widersprochen hat in der Situation. Und wenn man bei einem guten Glas Wein möglicherweise seine persönliche Meinung kundtut und sagt, das ist jetzt aber meine, aber als offizieller Vertreter in dieser Position, da bleibt doch nicht mehr und nicht weniger, als die Konsequenzen zu ziehen und seinen Hut zu nehmen. Nein, diese Konsequenz bleibt überhaupt nicht. Es wird auf der einen Seite gefordert, dass die Militärs auch ihre Meinung äußern und dazu stehen. Das hat er getan. Und er hat sich auch nicht gegen die Position der Bundesregierung gewendet. Denn die Bundesregierung hat gerade in dieser Frage lediglich die Völkerrechtsposition eingenommen bisher. Kein Vertreter der Bundesregierung hat bisher gesagt, wir sind bereit, die Krim militärisch an die Ukraine wieder zurückzuholen. Das ist doch die Situation. Also ich glaube, man muss hier auch mal die Kirche im Dorf lassen. Diese Maßnahme ist ganz offensichtlich getroffen worden, weil die Bundesregierung ohnehin wegen ihrer zurückhaltenden Haltung in dieser Frage, also nicht eskalieren, was ich richtig und gut finde, Kritik auf sich gezogen hat, insbesondere von der Ukraine. Und weil man versuchen wollte, hier sozusagen ein Zeichen zu setzen, ein positives Zeichen gegenüber der Ukraine. Das Ergebnis war, dass der ukrainische Botschafter in übelster Weise unser Land bepöbelt hat. Also das, was die Bundesregierung eigentlich erreichen wollte, hat sie auch nicht erreicht. Das heißt, welche Reaktionen würden Sie sich jetzt erwünschen, erhoffen? Nun, wir müssen, glaube ich, zunächst einmal ganz klar machen, was wir wollen. Die Bundesregierung muss das klar machen. Diese Diskussion beispielsweise um Waffenlieferungen geht an den Realitäten vorbei. Da wird von Abschreckung gesprochen, der Russlands vor einem Angriff. Was man völlig außer Acht lässt, ist ja, dass Abschreckung nur dann funktioniert, wenn der potenzielle Angreifer einschätzen muss, dass sein Risiko größer ist als der Gewinn. Aber wir werden niemals in der Lage sein, die Ukraine so weit aufzurüsten, dass sie tatsächlich vor einem Angriff abschrecken kann. Und die Diskussion um Defensivwaffen, es geht genauso daneben. Es gibt, Defensivwaffen können überhaupt nicht nach ihren technischen Fähigkeiten beurteilt werden, sondern nach der Strategie. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wenn Deutschland angegriffen wird, dann werden wir natürlich mit der angeblichen Offensivwaffe Leopard unser Land verteidigen. Wenn der Gegner, der das ja weiß, dann Panzerabwehrwaffen einsetzt, die ja angeblich Verteidigungen, Defensivwaffen sind. Welches sind dann eigentlich die Offensivwaffen? Sind es die Panzerabwehrwaffen oder sind es die Leopardpanzer? Also diese Diskussion geht an den Realitäten vorbei. Das muss man sich wirklich klar machen. Was wir tun müssen ist, wir müssen endlich dazu kommen, eine klare Haltung, eine klare Position in den Verhandlungen mit Russland zu definieren. Und daran muss sich auch Deutschland beteiligen. Daran müssen sich die Europäer insgesamt beteiligen. Da geht es natürlich Russland nicht nur um die Ukraine, sondern die Ukraine ist sozusagen ein Katalysator dafür, auch die europäische Sicherheitsordnung zu ihren Gunsten zu ändern. Aber das muss man klären. Man muss sich dazu stellen, wie man diese Situation einschätzt und welche Möglichkeiten es eines Interessenausgleichs gibt. Lassen Sie mich noch einen Satz sagen. Und man muss auch ehrlich mit der Ukraine umgehen. Das hat sie verdient. Man muss ihr ganz klar sagen, dass sie beispielsweise keine Aussicht auf eine Mitgliedschaft in der NATO hat. Und das bedeutet, dass die ganze Situation deutlich entspannt werden würde. Sie müsste entspannt werden. Momentan sind die Fronten aber ziemlich verhärtet. Sehen Sie irgendeine Chance, dass es mit Bitte um kurze Antwort, dass man aus diesem Teufelskreis einer immer weiteren Verschärfung herauskommt? Und das wichtigste Ziel ist ja tatsächlich, einen militärischen Konflikt zu verhindern. Ja, man kann einen militärischen Konflikt verhindern. Ich habe dazu auch ganz konkrete Vorschläge gemacht. Man kann einen Fahrplan für die Deeskalierung und schließlich für Vertrauensbildung bilden. Der Westen ist dazu in der Lage. Und er muss dadurch seine eigene Sicherheit nicht aufs Spiel setzen. Sondern er kann durchaus einen Interessenausgleich mit Russland anstreben, der unsere Sicherheit gewährleistet, aber gleichzeitig auch zu einem Ergebnis führt, dass letztlich die Spannungen, die ja jetzt im Augenblick immer weiter aufgebaut werden, und zwar von beiden Seiten, dass diese Spannungen nicht zu dem führen, was wir alle nicht wollen. Nämlich zu einem Krieg in Europa. General Harald Kujat, wir danken Ihnen herzlich für dieses Gespräch. Gerne.